Ich bin glücklich über die Gelegenheit zu betonen, dass wir tatsächlich vor einigen Tagen einen großen Raubfisch erlegen konnten, der angeblich einige Leute verletzt haben soll. Aber sehen Sie diesen wundervollen Tag. Der Badestrand ist geöffnet und überall freut man sich seines Lebens. Amity heißt übersetzt bekanntlich Freundschaft. Oh Gott! Hey! Großer Gott, eine Flosse, eine Haifischflosse da vorn! Halt, völlige Ruhe, nicht zu sehen. Ich rufe Daisy, wie sieht's bei euch aus? Haialarm, Haialarm! Martin, holen Sie die Leute sofort auf dem Wasser, um Gottes willen, bewegen Sie sich! Boot 6 hat eine Flosse gedichtet, holen Sie die Leute auf dem Wasser, Martin! Nicht, nicht pfeifen, nicht pfeifen! Bitte verlassen Sie sofort das Wasser! Kommen Sie, so stellen Sie mich an. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Oh Gott! Aufahren Sie mit Tirol! Spenden Sie nur schnell zur Oberfläche! Die Erwachsenen leben sich hinter den Kindern. Wenden Sie sich zuerst den Kindern. Kommen Sie unverzüglich. Was ist das? Das ist der Weg. Das bist du. Ah! 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 Michael! 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 Was habt ihr euch dabeigedacht, ihr Purschen? Gebt ja völlig deine Antwort, seid ihr verrückt geworden! Ha? Kommt her! Ball ne! Jimmy wars! Er hatte die Idee. Er hat mich nämlich dazu überredet. Bitte, bitte treten Sie zurück. Gehen Sie zurück. Machen Sie bitte Platz. Machen Sie bitte Platz. Machen Sie doch Platz. Martin, es war nur ein Scherz. Wir haben hier zwei Jungs mit einer Haifischflosse aus Pappe. Ist drüben alles okay? Sind alle aus dem Wasser raus. Es gibt keinen Grund zur Unruhe. Es war nur ein Fülle-Jungen-Streich. Wir bitten Sie trotzdem... Ein Hai! Hier ist ein Hai! In der Kleidwurst ist ein Hai! Hier ist ein Hai! Ist doch hier! Ein Hai! Mike ist in der Bucht. Ein Hai ist in der Kleidwurst! Tut doch irgendwas! Ich kann ihn sehen! Wir sind klopft auf dem Wasser! Will Ihnen keiner etwas tun! Na los, nur mach schon den Platz. Ach, ich krieg das verdammte Ding nicht fertig. Komm, links nach rechts rüberziehen. Ach komm, jetzt lass mich hin. Hey Jungs! Jungs! Ruht euren Anker ein und geht an Land! Hey Jungs! Ist alles in Ordnung bei euch? Da ist ein Hai! Amit! Ich muss mich hingehen! Ich muss mich schnauern! Oh, no! Zach! Zach! Ist er tot? Nein, er lebt. Er hat nur einen Schokoladen. Er hat nur einen Schokoladen.